Wer heute als letztes die Kirmes verletzt, bekommt 10.000 Euro, Freunde. Nein, nicht rückwärts. Nein. Junge, mir ist so schlecht, Leute. Ich schwöre. Alter. Das Avengers Royale, Leute. Ihr seht es. Oh mein Gott. Das Schlimmste mit Abstand hier auf dieser ganzen Kirmes. Ich gehe rein mit dir. Was hältst du davon? Das mache ich nicht. Hey, Leute. Ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Ihr seht es schon. Wir sind hier mit meinem Cousin Fabian auf der Kirmes heute. Was geht? Was geht? Und wir werden heute eine ultra heftige Challenge gegeneinander machen. Und zwar, wer als letztes die Kirmes verlässt, bekommt 10.000 Euro. Wir werden so lange die heftigsten Attraktionen fahren, bis einem von uns beiden richtig schlecht wird und er aufgibt. Alles klar, Leute. Wir starten auf jeden Fall rein mit Dosenwerfen. Hast du das schon mal gemacht, Fabi? Äh, ja. Habe ich schon mal gemacht, aber ich bin trotzdem nicht gut. Okay, Leute. Wir starten ganz einfach rein. Mal schauen, wer hier mehr Dosen abräumt. Let's go. Wir würden jeweils drei Bälle machen, also insgesamt sechs Bälle. Jürgen, ich bin richtig gespannt, Alter. Zweimal. Bitte. Okay, danke. Du machst die links und ich mach rechts. Ansage, was glaubst du, wie viele du abräumst? Hälfte. Die Hälfte. Ich sag, ich räume alle ab. Okay, let's go. Erstmal zielen. Ah! Nein! Boah, voll der Fake. Bis jetzt haltet ihr gleich gut. Ja. Aha. Oha, Maschine. Der letzte aber jetzt. Oh, der war nice. Oh, ja. Let's go. Okay, also du darfst dir aussuchen, Fabi. Was möchtest du? Ah, Knallerbsen. Ah. Du nimmst die? Ich nimm sie. Okay, ich nehm dann Einhortschleim. Okay. Alles klar. Danke, ciao. Also, Leute, ich hab einfach mal einen Mini-Einhornschleim bekommen. Und Fabi, Knallerbsen. Ja. Ey, kannst du direkt mal testen, Leute. Let's go. Komm mal, jetzt. Dann auf den Boden werfen. Let's go, Mann. Mach mal so richtig so eine Hand voll. Let's. Sehr geil. Leute. Ja, sehr leicht. Oh, ich jetzt. Oh mein Gott. Kameraband verletzt hier. Warte. Zack, machen wir so. Ich pack gerade hier einen Einhornschleim aus. Ich grüß. Hasi. Ich grüß Hamza. Ich grüß Miguel. Ich grüß alle, alle meine Jungs. Ich grüß euch alle. Okay, Leute. Hier der Einhornschleim. Ihr seht's. Let's go, Mann. Also, Leute. Als nächstes geht es jetzt auf diese wilde Maus-Achterbahn. Und ich würde sagen, Fabian, hast du da Bock drauf? Ja, ich hab Bock. Ich hab auch Bock, Leute. Wir schauen, wem wird von uns schlechter. Ich würde sagen, let's go, Freunde. Also, Fabian, es geht jetzt auf jeden Fall los. Hast du Bock? Ja, also. Okay, Leute. Es geht los hier in der Achterbahn, Junge. Oh, mein Gott. Digga. Ey, ich glaube, mir wird es so schlecht, Fabian. Ich glaube, mir wird es so schlecht. Oh, Junge, du hältst dich schon fest hier. Ja. Hahaha. Ich geh auf soer Wasser. Junge. Hinten dran, lass ich was hier auf Start. Es geht auf jeden Fall los. Oh, mein Gott. Boah. Yeah. Digga. Nein, nein. Nein, nein. Oh, mein Gott, Fabian. Was geht's? Oh, mein Gott, Fabian, was geht's? Oh, mein Gott. Ja. Digga. Oh, mein Gott. Bruder, wir fallen hier, glaube ich, gleich runter oder so. Ja. Alter, Junge. Oh, mein Gott. Jetzt geht's gleich richtig ab. Jetzt geht's gleich hier richtig ab, Leute. In den Baul rein. Wow, und jetzt geht's hoch. Und, Bruder. Jetzt geht's gleich komplett runter, Fabian. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Wow. Yeah. Bruder. Das war's komplett, Junge. Oh, mein Gott. Digga, die Fahrt. Und. Yeah. Wow. Bruder, nochmal runter hoch. No. Alter. Junge, oh, mein Gott. Hier nochmal eine Welle. Oh. Oh. Ey, Leute, dafür haben wir 16 Euro bezahlt, Junge. Oh, ho, ho, wie geht's dir? Gut. Junge, wie geht's dir? Geht so. Junge, ey, mir ist ein bisschen schlecht, Leute, ich schwöre. So, Leute, wir gehen jetzt weiter auf jeden Fall zum Riesen-Glücksrad. Und hier geht es jetzt auf jeden Fall wahrscheinlich richtig ab. Ich würde sagen, Fabian, wir machen hier auch ein paar Spins. Wir gucken, wer schafft hier auf jeden Fall mehr. Auswahl ist ja das Krasseste, was man hier bekommen kann. Ja. Und ich würde sagen, wir machen, komm, wir machen jeweils drei Dreher. Okay. Okay, also sechs Mal drehen. Dann, Leute, ich würde sagen, Fabian, du darfst starten. Du darfst das erste Mal Glücksrad drehen. Mal schauen, wer den krassesten Preis hier bekommt. Oha. Let's go. Oh. Ah, nee. Ah, ein bisschen drüber. Okay. Jetzt bin ich dran. Oha, Leute, ich habe es auf jeden Fall ein bisschen stärker gemacht. Wir schauen. Oh. Ah, nein. Okay, ein bisschen dran vorbei. Oh, mein Gott, wir dürfen egal was. Okay. Guck dich mal um, du darfst entscheiden, Fabian. Was findest du am krassesten? Ich überlege auch gerade, was ich hier cool finde. Da wäre so eine Wasserpistole. Glaubst du die? Ja. Wasserpistole? Let's go, Leute. Wasserpistole haben wir auf jeden Fall ab Start. Ey, die ist gar nicht mal schlecht, glaube ich. Die könnte nice sein. Und ich würde sagen, Leute, nächste Attraktion. Noch gehen wir beide nicht auf. Also, Leute, es geht weiter mit Boxautofahren. Ja, ich habe auch noch mal ein Box. Ich werde richtig wegkrammen, dass ihr schlechtestes Beruf die Kirmes verlassen müsst. Ich hole mir die 10.000 Euro. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Okay, Leute, ich muss hier richtig Schwung nehmen und dann die beiden rammen. Junge, ich kassier hier auch noch mal. Leute, ich glaube, die Runde ist rum. Alter, war das Turbulent. Einfach mal die GoPro verloren. Okay, war krass, Leute. Weiter geht's. Also, Leute, als nächstes sind wir hier bei den Flüchtier-Kranautomaten, Fabian. Ja. Und hier würde ich sagen, wenn es einen Gewinner gibt, also wenn einer von uns einen Flüchtier wirklich bekommt, darf derjenige dann entscheiden, was der andere fahren muss. Okay. Okay. Und noch mal ein Stadion. Okay. Leute, es geht los. Ich bin unbedingt ein Ging, weil ich war ja von der Hatsache, ich liebe erst im Mario. Okay, Leute. Jetzt kann ich den Flüchtier-Kranautomaten. Und... Flüchtier-Kranautomaten. Und... Oh, mein, ich bin so in der Hand. Flüchtier-Kranautomaten. 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 Leute, ich sag jetzt, wird's. Gut. Oh Gott. Flüchtier-Kranautomaten. Okay, ich muss mich auf einen anderen Seite kommen. Komm. Ich kann den Nido. Ich nehme den Pichi am Kopf, Leute. Ich nehme den Pichi am Kopf. Der wird's jetzt. Gönn. Bruder, gönn, gönn, gönn. Ja, ja. Boah, Bruder, ja. Gönn. 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 Ja, ha, ha, ha. Let's go, Yuji. Wuhu. Let's go. Wuhu. Wuhu. Das ist mir leid, Fabian. Was sagst du zu Daniel, der Halka? Ich hab den Luigi bekommen. Ich kann den nicht. Haha, Leute, ich suche mir erst eine Fahrt aus, die Fabian fahren muss. Let's go. Also Leute, der nächste Zuschauer, der mich erkennt, bekommt den Luigi. Ich bin mal gespannt. Lass einfach laufen, ja? Die Fahrer beginnt schon mal los. Schau mal. Ja, klar. Das bedeutet, du kommst den Luigi von mir auf. Erfolgreich auf jeden Fall verschränkt den Luigi. Und Fabian? Hm, was gebe ich dir für eine Attraktion? Ich hoffe, ich habe überhaupt schon eine Idee, Fabian. Wo ist der Oslo? Ich glaube, Fabian hat gar keinen Bock. Aber das war dann die Regeln. Bist du bereit? So, wenn es mir auch nicht geht. Ich zahle Fabian die Fahrt. Herzlichen Glück. Ah, es wird. Leute, nehmt das jetzt einfach. Flea und Wien. Und Sanne. So, alles klar. Arme nach oben. Kommen nach hinten. Achtung. Der Bühne schließt. Vorsicht. Okay. Es geht los, Leute. Es geht los. Leute, ich glaube, ihr habt ein bisschen Angst, ne? Eskaliert richtig, Junge. Joao. So! So! Kurze Zwischenstopp. Einmal die Aussehn vor oben. Genießen... ...die Glopon! Oh nein, ey, jetzt schütt mal auf Fabian drauf, was er mit dem besser macht. Ich hab... Ich hab zu gelang! Das ist geil. So. Ihr habt alle gut zugehört. Einmal vorne die Draune. Ja! Die Ruhige! Alter! Der Arme! Oha, der Arme! Was hat die gemacht? Ich hab Angst, Leute, ich hab Angst! Also ich wusste nicht, dass die das machen, das war echt ein bisschen ehrenlos. Also das muss ich echt sagen. Gehört sich nicht, Leute. Ich würde sagen, wir holen jetzt erstmal was zu trinken kurz. Mal kurz Pause, dann geht's weiter. Okay, Leute, wir gehen jetzt auf jeden Fall zum Endenangeln. Wir schauen mal, wer da auf die Verfolgrate ist. Da kommt er nicht. Oh mein Gott, nein! Also Leute, wir gehen jetzt hier zum Endangeln. Unser Ziel wird es sein, den Lamborghini zu gewinnen. Nehmen wir mal ab, den Lamborghini Gallardo. Junge, alter ist der krankmann. Also Leute, ihr seht schon, die Enden sind unten markiert und geben verschiedene Punkte. Und wir müssen es schaffen, auf jeden Fall 2.000 Punkte für den Lamborghini zu bekommen. 590 Euro. 590 Euro. Oh, okay Leute, 590 Euro. Immerhin. Reiß ich ganz mit dem Lambo. Geht man dafür irgendwas? Okay, dann würde ich sagen, wir nehmen das Dino aus. Oder? Werden den Bogen gesagt? Ja, dann sagen wir den Bogen. Okay, dankeschön. Also Leute, wir haben einen Pfeil und Bogen bekommen. Ihr seht's. Leute, der erste Zuschauer, den wir sehen, der bekommt Pfeil und Bogen geschenkt. Also Leute, als nächstes machen wir gegen Fabi hier die Rottmaschine. Brauchst du auch so machen, Fabi? Der läuft. Fabi. Okay, mal schauen. Boah. Ah, 2.667. Okay. So, ich bin. Ah, boah, ja, okay. So. Okay. Wie viel schafft Fabian? Oh mein Gott. Alter. 2.000 Meter, die wir könnten nicht. Bruder, mach das Ding kaputt ran. Alter, dem hab ich richtig gegeben. Gönn. Ey, Bas. Digga, das Ding ist kaputt, ich spüre. Bruder. Okay, Fabian, zu durch. Oh. Alter. Ey. Passt so viel wie du, Alter. Passt. Ja, ich hab zurückkommen, ja? Erst mit rechts. Ich würde sagen, wir gehen zur nächsten Attraktion. Let's go. So. Weiter geht's, würde ich sagen, Fabian. Könnt ihr mal hier so rechts rum, ne? Okay. Oh mein Gott, stopp. Was? Ich hab mal ne Idee. Oh nein. Du hast dich auf dieses Höllen Ding geschickt. Ja. Ich schick dich in den wahrlichen Himmel. Ey, Junge, warte mal. Ey, das ist aber viel schlimmer. Los! Juck dich nicht, los! Was? Oh nein. Ja, okay, komm, ich zieh durch, weil ich hab dich auch zu dem geschickt. Ich zieh durch, Fabian. Stimmt. Okay, Leute, ich bin Mann, ich zieh durch. Hey, Leute, ich glaub, das wird gleich noch richtig schnell. Ich hab gar keinen Bock mehr. Ich bin ehrlich. Könnte der Sieb für Fabian sein? Könnte sein, aber Leute, ich zieh durch. Ich geb nicht so schnell auf. Was geht los, Leute? Nein. Was geht? Alles klar? Ja. Moin. Leute, Fabian zerstört mich. Oh mein Gott, es geht rückwärts. Warum geht's rückwärts, Leute? Bruder, ey, ich hoffe nicht, dass es rückwärts geht hier, ne? Ey, Leute, wir haben hier noch einfach zwei Zuschauer, die vor mir sitzen. Was geht? Ey, Alter, hinten sind ja auch Zuschauer. Was geht, Jungs? Okay, Leute. Es dreht sich ganz schnell im Kreis. Bei mir wird sowas sehr schnell übel, also mir wird's sehr schnell schlecht. Ah, Fabian, Alter, ey. Jetzt wird's langsam richtig schnell, Leute. Oh mein Gott, es wird richtig schnell. Ey, Bruder. Wie schnell ist das? Ey, Bruder. Nein, nicht rückwärts! Nein! Nein! Nein, rückwärts! Digga, was? Du rückwärts ist ja noch viel schlimmer! Du rückwärts ist doch viel schlimmer! Ah! 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 Junge, mir ist so schlecht, Leute! Ich schwöre! Alter! Oh mein Gott! Mir ist so schwindlig! Ja! Wie geht's dir? Ciao! Sie haben extra wegen dir noch die Runde rückwärts gemacht! Hey, Mann! Passt euch! Also, Leute! Fabian! Wir haben nur noch eine einzige Challenge vor uns! Und zwar, du kannst es mal zeigen! Das Avengers Royale, Leute! Ihr seht es! Oh mein Gott! Das Schlimmste mit Abstand hier auf dieser ganzen Kirmes! Ihr seht mal, gerade im Video eingeblendet! Ich bin das schon mal gefahren im Video! Das überschlägt sich die ganze Zeit! Mir war richtig krank! Übertrieben schlecht! Mehrere Stunden davon! Kein Spaß jetzt, Leute! Das ist mit Abstand das Schlimmste hier! Fabian! Ich gehe rein mit dir! Was hältst du davon? Das mache ich nicht! Machst du das nicht? Nein! Nein! Also, Leute! Mir ist immer noch geisteskrank schlecht von dem anderen, ehrlich gesagt! Aber ich will mir die 10.000 Euro holen! Ich mache das jetzt! Aber du bist raus? Auf jeden Fall! Das heißt, du verlässt die Kirmes? Ich verlasse die Kirmes! Let's go, Leute! Und damit ist das dann auf jeden Fall der Sieg für mich! Fabian ist damit raus! Aber ey, du hast ein krasser Gegner! Hat richtig Bock gemacht! Wie viele Likes sollen die Leute da lassen? 30.000 Likes! Allein dafür, dass ich ihm den Bogen abgeschossen habe! Aber die Rache wird noch kommen! Die Rache wird noch kommen! Okay! Wir sehen uns, Leute! Bis dann! Ciao, ciao!